Guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem absoluten Chaos-Video. Das ist das letzte Video, was ich hier als Let's Play aus dem Rocket-Hauptquartier drehe. Mit dabei ist heute der Nonop, der Paluten und der Herr Bergmann. Hey, willkommen. Und wir nehmen das Video heute ohne komplett, weil wir so in Zeitnot sind. Wir nehmen es heute ohne komplett ohne Cuts auf. Wir nehmen es ohne jegliche Bearbeitung auf. Es wird so, wie wir es jetzt aufnehmen, direkt hochgeladen. Und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Bitte seid nicht so streng mit uns, wenn es jetzt nicht die beste Tonqualität hat und so weiter und so fort. Ich glaube, wir werden auch ein bisschen übersteuern. Wir werden nicht zu nah am Mikrofon rangehen, sondern alles easy, okay? Und weil ihr natürlich gewohnt seid, dass es in guter Intro-Manier hier losgeht. Was passiert hier? Oh, ich bin tot. Oh, da kommt das Intro. So, Leute. Das so läuft, dass ich... Okay. Und jetzt Paluten ist der Happy Wheels Master. Genau. Passt drauf. So, jetzt... Deshalb nimm nicht dieses Fake-Level von Naked Girls, ey. So ist alles richtig? Falscher. Falscher. Ich verschiebe das immer. Ich verschiebe immer ständig alles. Ist alles jetzt auch mal richtig? Klicke einmal ins Fleischfenster rein. So ein bisschen. Du hast es verschoben, aber es ist nicht so schlimm. Okay, okay. Super professionell. Okay. Was für ein Spiel spielt hier? Neon for Shadow. Das klingt richtig gut. Das klingt gut. Keinen Charakter ausgewählt. Kannst du deinen Charakter auswählen. Sehr gut. Ich nehme die Frau mit dem Einkaufswagen. Deine Mutter. Deine Mutter. Ja. Deine Mutter. Okay. Auch gefeatured. Okay. Wie mag ich mit BASD? Ähm... Die lebt noch. Noob. Noob. Noob, oh. Okay, wir machen immer so. Wir suchen uns ein Level aus, was cool ist. Und dann gucken wir, wer weiterkommt. Barry, das ist doch hier richtig gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Aber ich möchte eine Runde, weil er hat einfach eingegriffen. Ja, du warst auch nicht ready. Okay. Oh Gott. Okay. Momentan, was ist noch Justin Bieber? Okay. Ah, das soll immer JB heißen. Ja, Justin Bieber. Ja, Justin Bieber. Deswegen bin ich mit 8G in der ersten Scheine. Ich bin jetzt da wirklich gestorben. Yeah. Oh, oh, was auf. Ich zeig euch, wer der Boss ist. Ich war exzellent. Cool. Ich bin cool. Ich bin... Ich bin... Transition Level 2. Und ich bin... Ich bin fast eine Wassermelone. Okay. Der nächste, der nächste, der nächste. Noob. Du. Okay, und... Warte mal, mach ich mal hier. Zack, Escape of Air Ons. Oh, ist ganz. Okay, okay. Wie geht das? Simon hat sich kurz verletzt, Leute. Aber ist kein Problem. Los, Mama, los. Warte mal. Oh, je. Nein, Flo. Oh, ey, ey, das ist auch... Du bist eine Wassermelone. Du bist weitergekommen als ich. Okay, okay. Du oder... Ich sag Paluten. Immer Paluten. Okay, okay, okay. Brauchen wir da was? Okay, alles cool, Leo. Okay, komm mal los. Warte mal deine Skills. Die Mutti ist richtig schlimm. Warte mal. Alles cool, Leo. Wirst du nicht mit dem Motor? Ich glaube, es wird echt... Oh, ich lebe. Ich lebe alles cool, Leo. Alles cool, Leute. Alles... Oh, alles, alles, alles. Easy, warte. Du bist jetzt bist du erster. Ja, warte, warte. Oh, deine Skills machen es für mich. Oh, oh, nein, nein, Moment, Moment, Moment. Eine Sekunde, Leute. Du bist... Das ist übersteuert total. Okay, es tut mir leid. Ich gehe kurz... Ich relax mal kurz. Tut mir leid, Leute. Fahr ich mal kurz? Guck mal, der Skiller hier, ey. Du bist beim Mond. Fly me to the moon. Alter, der Herr Bergmann sieht gleich richtig alt aus als letzter. Hältst du mal nicht als letzter genommen? Ja. Komm, 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 komm. Level 2. Alter, du bist very cool. Was wirst du überlegen? Du bist Party Run. Wow. Hart. Und PewDiePie. Nein! Gym irgendwas. Nein! Und Speed. Yes! Boah! Boah! Ich hoffe, ich bin übersteuert, wenn ja. Ich mag das nächste Level dann. Ich hab das schon geschafft. Okay. Du bist ja mal in der Mitte sitzen. Okay. Wir hoffen mal, ey, das ist bestimmt so übersteuert. Leute, das ist das Letzte und dann zu Hause geht's wieder richtig gewohnte, gute. Oh. Bitte seid echt böse. Okay, nächstes Level machen wir 99% impossible. Das hört schon gut an für uns. Das hört sich direkt gut an. So, okay, dann fang ich diesmal an. Das Blöde ist, das Mikrofon ist auch über Tastatur hier. Das ist egal. So, welcome. How fast can you make it? Wie geht der Typ? Du musst Leertaste drücken und je länger die Leertaste drückst, dann... Und huah! Oh! Okay, okay. Das ist leider so ein Impossible-Level, das ist nicht ganz so einfach. Okay, okay. Impossible-Level ist nicht einfach. Warte, das Wichtige ist die Harpune. Die ist ein bisschen gemein. Lebst du noch? Ich glaube nicht. Du bist jetzt selber, Mann. Okay, du machst das. Ich bitte euch, ey. Das ist auch bei Gomme gestern total übersteuert gewesen, aber egal. Erstmal antäuschen. Dann ganz easy zurück. Dann antäuschen. Ganz easy zurück! Habt ihr gesehen? Pass mal auf. Bombe da oben ist weg. Leute, jetzt macht Papa das Ding hier. Zack und... Ja! Das Werk hat's geschafft! Ganz kurz, ganz kurz. Impossible. Weißt du, was los ist? First try, sagt der zu. First try. Das war mies. Das war echt ne gute Runde. Okay, this needs to stop. Okay. Du bist zuerst dran. Du darfst einen aussuchen. Komm. Warte, warte, warte. Wollen wir nicht kurz schauen? Kennen die aber alle nicht. Ne, sind wir einfach random. Ich glaub sowieso, dass das so ein Disney to stop Fake-Level ist. Dann, 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 die kenn ich nicht. Zwei Fahrräder. Ja, genau. Mach mal hier, schnell weg hier. Das wollen wir nicht sehen. Das ist nämlich Leute, die sich hier beschmieren. Lass uns lieber so ein bisschen. Mach mal Leadball in zwei. Leadball, ja. Okay. Das ist cool. Das ist cool. Du musst jetzt loslassen. Z. Auf Z. Und dann musst du gleichzeitig mit Lead-Taste den Ball grabben. Sauber! Darf es noch mal, darf es noch mal. Okay. Also, du musst jetzt... Nein, nein, nein. Oh Gott. Hä? Ist nur Lead-Taste, hast du gesagt. Warte, einmal noch. Ja. Okay. Warte. Und dann grabben. Jawoll. Ja, Alter. Nodop. Nodop, du gewinnst. Nodop, du gewinnst. Nodop. Domino. Schaffst du das, Nodop? Oh, 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 oh. Ja, ist nicht gut. Nein, ist nicht gut. Oh, der Levin kommt. Nein, nein. Gewinnt der jetzt, der andere? Naja, der gewinnt. Der fährt an ihm vorbei. Nodop, lass ihn nicht. Hol ihn wieder ein. Er schummelt. Hol ihn wieder ein. Hol ihn wieder ein. Jetzt voll in ihn rein. Los. Du schaffst das, du schaffst das. Gib ihm das Genick. Gib ihm, gib ihm. Los, lass los. Du hast es geschafft. Bester Mann. Bester Mann. Bester Mann. Warte mal, wir rücken einfach mal alle so durch. Weißt du? Okay. Stimmt, ich steh auf, dann kann Bergmann da hin. Jetzt nur noch Hintergrund. Okay. Äh, hier, exit to menu. Genau. Okay, okay, wir spielen jetzt. Oh, ich hab schon wieder das Ding hier verschoben. So ist alles wieder richtig. So ist wieder alles richtig. So, wir nehmen heute Leadball 3. Ne, nicht nochmal Leadball. Ne, 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 ne. Last Jetpack Run. PewDiePie Quiz? Ne. Ne, BMX Park. BMX Park. Okay. Da brauch ich natürlich auch ein Fahrrad. Was ist das, Simon? Da brauch ich natürlich auch ein Fahrrad. So. Und los geht's. Es gibt auch den Trick, dass er fliegen kann. Irgendwie so, ne. Ja, genau. Genau. Woher weißt du das? Hab ich bei dir schon geguckt. Achso. Okay, okay. Mach mal schon Backflow. Are you ready? Ne, ich mach hier den Lead. Ich mach... Oh mein... Das Kind lebt noch. Na, wirklich. Warte, ich gewinn das. Oh, okay. Nächster. Äh, Herr Bergmann? Ja. Nein, ich hab Exitmen gemacht. Ja, nochmal. Ne, Weihnachtsmann. Okay, was? Einmal Maschal als Weihnachtsmann, okay? Okay, pass auf. Los, los, los. Ihr Elfen. Hey, Cosmo, Cosmo und Wander. Nananana. Nananana. Sie holen dich da raus. Yeah. Los, ihr Weihnachtsmann, los. Halt deine Elfen aus. Los, schneller, schneller. Ich weiß gar nicht, was da abgeht mit den Beinen. Die sind so tot. Aber du lebst. Ich würd sagen, close enough. Ja, ja. Wir nehmen das nächste Level für dich. Ja, ja. Alles klar. Okay, okay. Oh, ich hab schon wieder verrutscht. Ich hab schon wieder die Hacke hier verrutscht. Ja, alles cool. Geforce Jump, ganz oben. Geforce Jump. Geforce Jump. Okay. Das klingt so... Du bist dran. Komm, wir tauschen die Plätze. Ja, aber wie? Witz jetzt hier. So, Action, Action. Okay, aber rutsch du ganz ruhig. Du, mach mal so Durchrutschen, Action. Okay. Das war das zweite Mal. Sorry, kein Problem. Oh! Oh! Das hab ich das zweite Mal verbluten gesehen. Nee, das hab ich bei... Entschuldigung, Scheiße. Das war aber nicht... Ich mach mal was. Pretty Bad. Das ist aber ein gutes Level für uns. Du bist Pretty Bad. Ja, aber das war ja... Ich würd ich sagen, Nolob ist der Nächste. Mach du mal erstmal. Okay, okay, mach ich zuerst. Nimm mal... Sonst der Druck ist da. Escape Air. Nein! Okay, okay. Die Z zum Loslassen? Ja. Okay, pass auf. Jetzt, Leute. Jetzt. Und... Ungespielt Moment! I believe I can fly! Oh, ich bin auch Pretty Bad. Wir sind eben Pretty Bad. Okay, nee, du bist. Nolob ist dran. Er hat mir gesagt. Oh, oh, Nolob macht das schon besser als ihr. Sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht schon gut aus. Und... Chuck Norris und Legendary. Nehm ich mal aus Chuck Norris und Legendary. Mein Arm ist Chuck Norris. Ja, aber du... Nur meine Hand. Nicht schlecht. Jetzt verlooten. Schauen wir einfach mal. So... Oh, oh. Ja, komm. Nicht schlecht. Awesome, Legendary, Chuck Norris und... Well, you got so close. Warte, warte. Ich schaff's noch. Kein Problem. Wir bedrücken ein bisschen. Wir bedrücken ein bisschen. Kein Problem. Er hat einfach... Er ist nicht gestorben. Einfach... Well, you got so close. In fact, you may. But the grim reality is you failed. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Okay, wer twerk denn hinten? Nee, du musst weiter. Du musst weiter. Komm, wir wollen doch jetzt... Doch, doch. Ich twerk. Ich twerk. Genau. Wer twerk, genau. Oh Gott. Du hast sie voll. Komm, du schaffst das. Der ist nicht so einfach. Der ist alt. Der macht sich nicht mehr so lang. Du schaffst das. Du schaffst das. Komm schon, Junge. Tu es vielleicht. Du kriegst das Ziel. Komm schon, wenn du das schaffst. Dann schaffst es, Junge. Dann haben wir echt ein schönes Abschluss. Schönes Abschluss Level. Ist ja nicht so, als würdest du noch 20 Kilometer weiter gehen. Komm, los. Schaffst das. Du schaffst das. Du kriegst das hin. Das kriegen wir in die falsche Richtung, Leute. Du schaffst das, du schaffst das. Ja, ja, gut. Weiter twerken, weiter twerken. Ja, ja, zeig, was dein Ass kann. Twerk it, twerk it, ja. Ich twerk mit. Simon ist Schierlieder. Komm schon. Komm, Herr Bergmann, du musst es aufschaffen. Oh, da vorne ist das Ziel. Das Ziel. Du wolltest aufgeben. Hoja, hoja. Hoja, komm. Machs Ziel. Ja. Gib mir victory. Machst du uns, Alter, mal noch etwas in deinem Leben erreicht. Komm schon. Komm schon. Paluten, du bist es. Und? Paluten, Paluten, Paluten. Und? Oh, was ist los? Was ist los? Ich kann unter Druck nicht arbeiten, warte. Paluten, 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 Paluten. Der Kleinst dir reicht schon, der Kleinst dir reicht. Warte. Nein, nein, der reicht uns. Der Oberkörper muss da drin sein. Und? Und? Yeah! Oh, nice. Okay, Leute. Ich würde sagen, es war wahrscheinlich total übersteuert. Es war wahrscheinlich total crappy. Aber die Sache ist, wir haben hier nicht die Möglichkeiten wie zu Hause. Ab morgen gibt es wieder schöne anständige Runden. Und schaut auch in die Beschreibung. Da ist natürlich auch der Gewinner Paluten drin. Herr Bergmann ist da drin. Nolob ist da drin. Alle in der Beschreibung verlinkt hier. Und man muss einfach ganz ehrlich sagen, man sieht, Paluten hat einfach Erfahrung im Spiel. Wenn ihr mehr von... Ganz kurz. 99% impossible. Leute. Ja, okay. Ja, du bist schon der Beste. Okay. Leute. Wenn es euch gefallen hat und euch trotzdem unterhalten hat, das ist unser Ziel. Dann würden wir uns natürlich über eine Bewertung freuen. Und schaut bei Arnold vorbei. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.